Ach ja, die Liebe. Eine Phase, die es zu Beginn einer Liebesbeziehung gibt, ist die Frage, wann machen wir das mit uns offiziell? Klingt im ersten Moment nach einer einfachen, simplen Frage, ist doch keine große Sache. Wenn ein paar Wochen alles gut läuft, dann ist es doch Zeit. Langsam die Familie, die besten Freunde, das Umfeld des Partners nach und nach kennenzulernen, allen mitzuteilen, dass man verliebt ist. Heutzutage lässt man doch ganz schnell alle davon wissen, dass man in einer Beziehung ist. Ein Status in den sozialen Medien ist schnell gemacht. Ich selbst habe meine Verlobung damals per WhatsApp-Status bekannt gegeben. Ich dachte mir, bevor ich da jetzt jeden anschreibe, so sieht es doch gleich jeder. Der mir wichtig ist. Doch bei der Frage, wann machen wir das mit uns offiziell, muss man auf die kleinen Details achten. Es kann vorkommen, dass einer oder auch beide Partner sagen, komm, wir warten noch etwas länger, bis wir allen sagen, dass wir ein Liebespaar sind. Das kann Sinn machen, wenn man zum Beispiel zusammen arbeitet, wenn man den gleichen Freundeskreis hat, oder wenn man einfach am Anfang noch etwas, das Ganze für sich behalten will, weil es spannend ist, dass es noch keiner weiß von mir aus. Aber eines ist bei der Frage ganz klar. Wenn einer sagt, dass mit uns sagst du niemandem niemals, das endet nie gut. Dieser Fall führt uns in den US-Bundesstaat Missouri. Missouri befindet sich im Mittleren Westen. Von New York aus sind das ca. 1000 Meilen so nach links und eigentlich mehr die Mitte. Aber gut, das ist ein Ort, der sehr bekannt ist, weil unter anderem auch der sehr berühmte Weg der Route 66 einen komplett durch diesen US-Bundesstaat führt, mit einer Strecke von fast 220 Meilen. Und dies war auch lange das Zuhause von ihr, Alexandria Madison Costiel. Sie wurde im September 1997 in St. Louis geboren, als Tochter ihrer Eltern Cindy und Keith und einem Bruder namens Andrew. St. Louis ist eine Großstadt, die sich im Osten befindet, mit über 300.000 Einwohnern. Das war Alexandrias Zuhause, die von allen immer Allie genannt wurde. Und sie war das Licht und die Freude in Person. Ihre Eltern meinten, sie war einfach unglaublich. Allie war von Anfang an immer fröhlich, gut drauf. Sie hatte so eine natürliche, angenehme Art, das auf andere zu übertragen. In ihrer Gegenwart fühlte man sich immer sofort superwohl. Allie war so jemand, sie liebte einfach das Leben. Jeder neue Tag war für sie eine Chance, nur noch glücklicher zu sein. Jeder Moment war eine Gelegenheit, etwas Neues zu sehen, Spaß zu haben. Allie war aufgrund ihrer Art auch sehr beliebt. Sie hatte sehr viele Freunde, auch weil sie grundsätzlich mit jedem sprach. Sie sah in allem immer nur das Gute. Und sie war ein richtiges Girly Girl. Also da war sie ein richtiges Klischee. Sie liebte die Farbe Pink, alles was mit Glitzer, Prinzessin zu tun hat. Sie liebte Make-up, Klamotten. Einer ihrer Lieblingsfilme war natürlich blond. Und gleichzeitig war Allie aber auch sehr ehrgeizig, sehr motiviert. Ihr großer Traum war es, einmal zu studieren. Allie hat sich das immer sehr blumig ausgemalt, der Alltag als Student. Das hat sie sich immer ganz toll vorgestellt. Und sie konnte es auch kaum erwarten, von zu Hause ein paar Jahre wegzukommen, das Campusleben zu haben, um dann mit einem Top-Abschluss zurückzukommen. Und es ist unglaublich, wie viel Allie an einem Tag geschafft hat. Sie hatte so viele Hobbys. Die Liste war lang. Sport war ihr sehr wichtig. In der Highschool war sie Cheerleader. Golf hat sie gespielt. Yoga hat sie gemacht. Pilates, da hat sie sogar Unterricht gegeben für andere. Sie hat sich in der Gemeinde sehr engagiert und war nebenbei auch noch gut in der Schule. Allie war ihre Karriere sehr wichtig, alles zu managen. War für sie eine Freude. Sie liebte es, beschäftigt zu sein. Immer unterwegs, immer was zu tun. Zwischendurch war sie mit Freunden unterwegs, Filmeabende machen. Allie war auch fasziniert von Sonnenuntergänge. Sie hat grundsätzlich jeden Abend ihn fotografiert. Das verbindet mich ein bisschen mit ihr. Ich fotografiere fast jeden Tag den Sonnenaufgang, weil mir die Farben so gefallen. Allie hatte für diese Faszination sogar einen eigenen Instagram-Account, wo sie ihre Fotos von Sonnenuntergänge präsentiert. Und eine Sache, von der sie auch fasziniert war, war Deko. Sie liebte es, Räume einzurichten, um zu dekorieren. Ihre Mitbewohner werden später sagen. Es war ganz normal, dass wenn man ein paar Stunden nicht da war und dann wieder nach Hause kommt, dass Allie einfach mal so alle Möbel umgestellt hat. Sie liebte das. Nebenbei trainiert sie auch noch für den Marathon und war einige Monate in Peru und Afrika, um dort Englisch zu unterrichten. Sie hat auch so gerne gekocht. Also, wie sie all das alles gemanagt hat, ist mir schleierhaft. Aber Allie hat es mitbekommen und sie liebte es, immer beschäftigt zu sein. Ihr großer Wunsch geht dann auch in Erfüllung. Sie wird an der Oxford University angenommen. Das ist eine der besten Unis des Landes. Da reinzukommen, ist fast unmöglich. Statistisch gesehen liegt die Wahrscheinlichkeit bei drei bis fünf Prozent. Meistens gibt es 34.000 Bewerbe und nur circa 100 Personen kriegen einen Platz. Allie wollte aber unbedingt dorthin, weil sie Blumen sehr liebte. Und auf dem Gelände gibt es ganz schöne Blumengärten. Sie meinte immer, das ist meine Traumuni. Da will ich mal studieren. Und das hat sie dann auch geschafft. Das ist schon eine beachtliche Leistung. Die wenigsten kriegen die Uni, die sie sich gewünscht haben. Allie zieht dann nach ihrem Highschool-Abschluss dann auch um in eine kleine Studentenwohnung in der Nähe der Uni. Das waren circa 400 Meilen weit weg von ihrem Zuhause. Sie studierte Marketing. Ihr Traum war es, einmal in der Modebranche zu arbeiten. Sie liebte Klamotten. Mutter Cindy meinte, Allie hatte schon früh immer diesen Plan. So viele Hobbys wie möglich haben. Alles Mögliche ausprobieren. Spaß haben. Und dann einen tollen Abschluss machen. In Oxford studieren. Und ganz wichtig, in der Uni auch einen Ehemann finden. Allie hatte schon früh ihre komplette Zukunft geplant. Alles hat dann auch funktioniert. Und ein großer Plan von ihr war es. Eines Tages will sie einen Ehemann, eine Familie, das klassische Paket mit Haus, Garten, Kinder. Und sie war der Meinung, der beste Weg, einen Partner zu finden, ist doch die Uni. Wie schön wäre das, wenn man mal später sagen könnte, hey, wir haben uns beim Studieren kennengelernt. Allie war sich sicher, sie findet im Studium ihren Traummann. Doch ihr wisst, was das für ein Format ist. Im Herbst 2016 begann Allies Zeit an der Uni. Im Juli 2019 war alle schon lange Routinegewohnheit. Allie war wie immer fleißig motiviert. Sie hatte dort auch viele Freunde, war abends viel unterwegs und bereitete sich gleichzeitig auf die Prüfungen vor. Noch ein Jahr, dann hatte sie ihren Abschluss in Marketing. Alles lief gut, alles war in Ordnung. In den Tagen rund um den 20. Juli bekommt Allie sogar noch Besuch von ihren Eltern. Sie wollten einfach mal sehen, wie ihre Tochter so wohnt. Sie sehen sie ja jetzt nicht mehr so oft und sie haben ihr dann ein paar Sachen gebracht. Dekoration für die Wohnung. Alles war wie immer. Allie war fröhlich, glücklich. Sie freute sich auf das Ende des Semesters, die Sommerferien. Der 19. Juli war ein Freitag. Ein Tag wie jeder andere. Allie hatte an diesem Tag eine Prüfung. Danach hat sie ihre Mutter angerufen, um ihr zu sagen, wie es gelaufen ist. Allie meinte, ja, war ganz okay. Sie legt sich jetzt aber hin, macht ein Nickerchen. Sie war die Nacht davor wach und hat noch gelernt. Sie will heute Abend noch weggehen, darum legt sie sich jetzt hin. Irgendwann in der Nacht, circa um 1 Uhr morgens, ist Allie dann aber auf einmal weg. Ihre Mitbewohner stellen am nächsten Morgen fest, dass sie nicht nach Hause gekommen ist. Zuerst denkt man sich aber nichts, weil es kam immer mal wieder vor, dass Allie abends weggeht und dann bei Freunden übernachtet, ganz spontan. Sie hat gegenüber ihrer Freundin auch gesagt, heute Abend ist sie unterwegs. Es war inzwischen Samstag, sie hatte frei. Doch keiner erreicht sie auf ihrem Smartphone. Das war ungewöhnlich. Allie hatte dies immer bei sich, hat normalerweise auch sofort geantwortet. Irgendwann rennen gefühlt alle nur noch rum. Wo ist Allie? Die Behörden werden angerufen, die sofort kommen und alle befragen. Man hat hier recht schnell reagiert. Erste Befragungen ergeben, dass Allie gestern Abend so wie immer gesagt hat, dass sie noch unterwegs sein wird. Und das war sie dann auch am sogenannten Oxford Square. Das ist eine Straße, in der es sehr viele Restaurants und auch andere Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. Abends sind da immer sehr viele Studenten unterwegs. Allie wurde auch sehr oft gesehen. Sie war unterwegs, war gut drauf, feierte, hatte Spaß. Das Video einer Überwachungskamera wird gefunden. Darauf ist zu sehen, wie Allie um 23.11 Uhr durch die Straßen spaziert, in ein Auto einsteigt und wegfährt. Wem das Fahrzeug gehört, weiß keiner. Man versucht dann, anhand der Daten ihres Smartphones herauszufinden, wo Allie in den letzten Stunden war. Oder wo sie jetzt ist. Doch, keine Chance. Das Gerät ist seit Stunden ausgeschaltet. Das war nicht gut. Wie man dann ermittelt, war das Auto, in das Allie eingestiegen ist, ein Uber war. Also dieser Fahrdienst, der Fahrer des Wagens meinte, ja, Allie wollte nach Hause gebracht werden. Dort hat er sie dann auch abgesetzt. Ja, das war das richtige Gebäude. Sie ist dann auch reingegangen, hat die Tür zugemacht und das war's. Ja, aber Allie war Stunden später nicht zu Hause. Und es war nicht ihre Art, nochmal wegzugehen, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Es gab auch keinen Beweis, dass Allie doch nochmal zu Hause war. Ha, super. Und jetzt? Man muss aber auch dazu sagen, dass das alles irgendwie gleichzeitig passiert ist. Die Frage, wo ist Allie? Wo war sie zuletzt? Wo könnte sie sein? In Allies Zimmer befindet sich dann eine Apple Watch und man hatte Glück. Diese war noch verknüpft mit ihrem Smartphone. Damit konnte man sie zwar nicht finden, aber die Textnachrichten, die sie in den letzten Stunden noch bekommen hat, die konnte man da noch lesen. Vielleicht bringt das ja einen weiter. Doch dann, wie gesagt, alles irgendwie gleichzeitig. Gegen 10.30 Uhr kommt ein Anruf, der allen Gewissheit bringt. Allie lebt nicht mehr. Sie wurde gefunden an einem See, der 30 Meilen weit weg ist. Sie wurde ganz zufällig dort entdeckt. In dieser Gegend ist es in der Nacht eigentlich sehr dunkel. Es gibt kaum Licht. Darum wird die Gegend jeden Tag ständig kontrolliert, zu jeder Uhrzeit. Und ein Beamter entdeckt um etwa 10 Uhr am 20. Juli Allies Körper, neben einer Parkbank. Der Ort ist perfekt, wenn man jemanden loswerden will. Nachts ist da selten jemand. Nur sehr wenige kennen diesen Platz überhaupt. Wie Allie dort hingekommen ist, war ein Rätsel. Spuren gab es so gut wie keine. Nur, dass jemand bei ihr war mit einer Waffe, der unbedingt sicherstellen wollte, dass Allie das nicht übersteht. Wenn man neunmal abdrückt, dann muss man kein Experte sein, um zu verstehen. Da war offensichtlich jemand sehr wütend auf sie. Aber warum? Allie kam doch mit allen gut aus. Sie war sehr beliebt. Wer würde so etwas tun? Das Ganze sieht auch ein wenig geplant aus. Ein paar Meter von Allie entfernt befindet sich ihre Handtasche. Das Smartphone von ihr ist weg. Aber sonst war alles noch da. Portemonnaie, Ausweis. So wusste man schnell, wer sie ist. Und wie gesagt, Allie hatte keine Chance. Sie hat wahrscheinlich nicht mehr mehr Zeit gehabt, zu realisieren, was mit ihr passiert. Aber warum all das? An diesem Ort? Keiner konnte das glauben. Allie war so eine Liebe. Sie hatte so viele Pläne für die Zukunft. War immer und zu allen nett, freundlich. Wer könnte das getan haben? Nun, als man Familie und Freunde von Allie befragt, fällt dann zur großen Überraschung doch sehr schnell eigentlich nur ein einziger Name. Und der lautet Brandon. Brandon wer? Ja, das war die große Preisfrage. Und das war der Moment, in dem herauskam, dass Allie seit nicht nur Monaten, sondern eigentlich seit Jahren eine Art Geheimnis hatte. Allie hatte ja immer gesagt, wenn sie studiert, dann will sie da auch einen Ehemann suchen. Sie war nett, wunderschön, liebevoll. Doch das mit dem Freund wollte irgendwie nicht so ganz funktionieren. Warum, weiß man nicht. Allies Mutter meinte, da war immer mal wieder jemand, der ihr gefallen hat. Aber mehr wurde daraus immer nie. Allie war dann auch vielleicht ein bisschen schüchtern. Und am Ende stand sie immer ohne Partner da. Selbst beim Abschlussball war sie mit einer Freundin als Begleitung, weil keiner sie gefragt hat. Naja, mit Eltern redet man wohl eher nicht über solche Sachen. Allies Freunde meinten dann, naja, da war schon jemand, dieser Student, Brandon. Er und Allie lernten sich im Herbst 2016 kennen. Allie hat über ihn aber so gut wie gar nicht geredet, weil dieser Brandon wohl von Anfang an ihr gesagt hat, du, das zwischen uns beiden, das läuft folgendermaßen. Du erzählst es niemandem. Ganz einfach. Es war Allie nicht erlaubt zu sagen, dass sie einen Freund hat, dass sie mit Brandon eigentlich zusammen war. Er selbst sah das Ganze mehr an als eine Geschichte fürs Bett, nicht mehr und nicht weniger. Die Freundinnen sagen, dieser Brandon war nie da. Er kam nie vorbei, um auch ihre Freundinnen kennenzulernen. Eine hat ihn mal ganz kurz gesehen. Keiner wusste überhaupt, wie sein Nachname ist. Zeitgleich liest man die Textnachrichten der letzten Stunden auf Allies Apple Watch und tatsächlich hatte sie sich mit Brandon in der Nacht vom 19. auf den 20. verabredet. Die beiden haben miteinander geschrieben und nicht nur das. Um ein Uhr morgens war er spontan bei ihr, hat sie mit dem Auto abgeholt, weil er etwas besprechen wollte. Hm, interessant. Ja, mit diesem Brandon müsste man mal ganz schnell sprechen. Nur wo Brandon ist, war unklar. Seine Freunde meinten, ja, sie waren gestern Abend noch zusammen unterwegs beim Bowling. Sie hatten eine Menge Spaß. Er ist dann irgendwann weggefahren nach Hause. Aber seit heute Morgen weiß irgendwie keiner, wo er ist. Man macht es sich dann ganz einfach. Man ruft diesen Brandon halt einfach mal auf dem Smartphone an. Ja, warum denn nicht? Es könnte funktionieren. Und tatsächlich geht Brandon sogar ran. Ihm wird gesagt, er soll doch bitte herkommen. Es geht um Allie. Man hätte ein paar Fragen an ihn. Tatsächlich dachte man zuerst, der Brandon wird nichts damit zu tun haben. Er passt überhaupt nicht ins Bild. Er war ein sehr guter, beliebter Student aus gutem Hause, kam aus Texas. Er hat nie irgendetwas angestellt. Und auch als er dann ans Telefon geht, meint man, okay, der soll einfach vorbeikommen, damit wir das Thema sein lassen können. Aber ja, ja, nein, Brandon geht zwar ans Telefon, aber er kommt nicht zu dem ausgemachten Termin. Einfach so, ohne irgendwas zu sagen. Man ruft ihn dann wieder an so, hey, was soll das? Wir hatten einen Termin. Man sagt ihm dann eine neue Uhrzeit. Und diesen Termin verpasst Brandon dann auch. Ohne abzusagen. Da sagen die Beamten dann, hey, jetzt reicht's. Also, wir hatten genug Geduld mit dem. Wo ist Brandon überhaupt? Nicht, dass der doch damit was zu tun hat und gerade die Flatter macht. Man organisiert sich dann die Daten von Brandons Smartphone. Und, aber hallo, wer hätte das gedacht? Der bewegt sich gerade weg von der Uni, theoretisch auf einer Straße, die ihn nach Mexiko bringt. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Und man hatte Brandon dann auch eineinhalb Stunden später. Es ging alles ganz schnell. Er ist auch aufgeflogen, weil er einen sehr auffälligen Pickup-Truck hatte mit dem Kennzeichen Take It. Und schon als man ihm seine Rechte vorliest, bemerkt man, dass er rote Flecken auf seinem T-Shirt hat. Auf die Frage, wo er hin wollte, gab es keine Antwort. Und auch nicht so richtig, wohin er unterwegs war. Aber das spielte jetzt keine Rolle. Jetzt muss er Fragen beantworten. Man hatte Allys Smartphone zwar immer noch nicht, doch das war jetzt auch so ziemlich egal, weil man hatte das von Brandon und das war voller Geheimnisse. Als man die ganzen Textnachrichten zwischen ihm und Ellie hat, kommt mehr als eine Geschichte heraus. Es war wohl so, für Brandon war Ellie nichts wert. Ab und an gut zum Spaß haben. Brandon hat von Anfang an klargemacht, das mit dir und mir ist nichts Ernstes. Es war Ellie nicht gestattet, herumzuerzählen, dass sie irgendwie zusammen sind, was sie so in ihrer Freizeit machen. Brandon wollte niemanden aus Allys Umfeld kennenlernen. Und aus den Textnachrichten, die die beiden sich über Jahre geschrieben haben, geht hervor, dass Ellie das wohl ganz anders sah. Sie hat sich immer gewünscht, dass Brandon seine Meinung ändert. Er ist ihre große Liebe. Sie werden eines Tages heiraten, eine Familie haben. Das Ganze hin und her zwischen den beiden. Es ging irgendwie nicht mit, aber auch nicht ohne. Ellie lässt sich in all den Jahren sehr viel gefallen. Sie bleibt dabei. Eines Tages wird Brandon erkennen, was er an ihr hat. Dann wird alles gut. Diese Textnachrichten zu lesen, ist wirklich nicht einfach. Man merkt einfach, dass Brandon wirklich kein Interesse hatte. Das sagt er ihr auch mehrmals. So, hey, das mit uns wird nichts. Aber immer wieder blockiert er ihre Nummer. Dann wieder doch nicht. Dann vertragen sie sich wieder. Sie schreibt ihm ganze Aufsätze und von ihm kommt nur ein Hm oder Okay. Sie akzeptiert alles, was er will, auch wenn sie das eigentlich nicht mochte. Allys beste Freundin aus der Highschool war mal da zu Besuch. Und sie hat das schon mitbekommen, dass Ellie wohl in jemanden verliebt ist und dass diese Person nicht vorbeikommen möchte, um sich vorzustellen, die beste Freundin kennenzulernen, dass er so kein Interesse hat. Aber sie hat sonst gar nicht über Brandon gesprochen. Doch dann kam der April 2019 und der hat dann alles verändert. Ellie schickt Brandon ein Foto von einem Schwangerschaftstest. Ob der jetzt positiv ist, kann ich nicht sagen. Man sieht zwar zwei Linien, aber nur ganz leicht. Das könnte an dem Foto selbst liegen, an der Bildqualität. Brandon ist daraufhin außer sich. Er sagt sofort, das lässt du wegmachen. Ich werde meine Meinung nicht ändern. Es gibt kein Wir. Es gibt kein Uns. Du bist noch jung. Sei vernünftig. Ellie meint daraufhin, tja, wenn du das so siehst, dann ist das so. Aber gut, ich werde das nicht beenden. Ich mache das mit oder ohne dich. Mal abgesehen davon, es ist ja noch nichts entschieden. Wir warten jetzt einfach mal ein paar Wochen ab. Den Test wiederhole ich einfach in ein paar Tagen. Und wenn es so ist, dann werde ich halt Mama. Ich habe damit kein Problem. Sie schrieb ihm damals, ich bin süß. Ich werde auch ohne dich klarkommen. Und eines Tages finde ich einen richtigen Mann, der an meiner Seite ist. Das hat Brandon nicht geschmeckt. Er meldet sich danach fast gar nicht mehr bei Ellie. Sie wiederum schreibt ihm ganze Aufsätze. Er soll vernünftig sein. Endlich mit ihr richtig zusammen sein. Erkennen, dass er sie auch liebt. Brandon war der Meinung, Ellie ist nicht schwanger. Und auch ihre Freundinnen waren sich sicher, dass sie es eher nicht ist. Und dass das alles nur ein letzter Versuch ist, Brandon irgendwie für sich zu gewinnen. Das war tatsächlich das einzige Thema, das Ellie gegenüber ihren Freundinnen so ein bisschen erzählt hat. Sie meinte, ja, es könnte schon möglich sein, dass ich es bin. Aber das ganze Thema wurde dann irgendwie nicht mehr angesprochen. Im Prinzip haben alle gewartet, wie es jetzt weitergeht. Ellie kann ja, wie gesagt, in ein paar Wochen einen neuen Test machen. Aber von ihr kam dann auch nichts mehr. Ellie versucht nur weiter irgendwie Brandons Aufmerksamkeit zu bekommen. Sie geht dann abends feiern, schaut ins Glas. Wenn sie dann ordentlich ein Sitzen hat, schreibt sie Brandon, Warum liebst du mich nicht? Warum sind wir keine Familie? Und guck mal, ich bin ganz sicher, dass ich schwanger bin. Aber alle sind sich irgendwo einig, dass Ellie hier Theater macht um gar nichts. Sie würde sich so nicht verhalten, wenn sie es wirklich wäre. Ellie schickt sogar Fotos an Brandon von ihrem Bauch und meinte, Guck doch, der wächst. Und... Eieiei. Also das haben sehr, sehr viele im Internet kommentiert, dieses offensichtlich gespielte Theater von Ellie, um irgendwie Brandons Aufmerksamkeit zu bekommen, um ihm irgendwie noch dazu zu überreden, offiziell mit ihr zusammen zu sein. Viele fragen sich halt, wie kann eine Top-Oxford-Studentin denn so einen Käse veranstalten? Es ist eindeutig, dass Brandon wirklich kein Interesse an ihr hat. Naja, ich denke, Ellie war halt noch jung. Das war so ziemlich ihre erste Beziehung. Und haben wir nicht alle in unseren ersten Beziehungen Sachen gemacht, wo wir uns später gedacht haben, uff, was war ich für ein Clown? Ich meine, ich will das jetzt nicht schönreden, was Ellie da gemacht hat. Das war überhaupt nicht in Ordnung. Sowas zu behaupten und dann noch Fotos zu schicken und feiern zu gehen, also das macht man nicht. Ich denke, Ellie war sehr beliebt. Sie hätte jeden haben können, aber in der Hinsicht hatte sie irgendwie wohl kein Selbstbewusstsein. Sie wurde irgendwie nie angesprochen, obwohl sie ein wirkliches Goldflöckchen war. Und ich denke, diese Tatsache hat sie sehr persönlich genommen. Sie dachte sich, ich mache doch alles perfekt, aber niemand hat Interesse an mir. Jetzt hat dieser eine so ein bisschen Interesse. Also gucke ich, dass dieses Interesse wächst, egal wie hoch der Preis ist. Das ist nicht in Ordnung, aber bitte bleibt sachlich. Ellie hat halt einen ganz großen Fehler gemacht. Und man denkt sich dann auch ganz schnell, ja, das ist der Grund, warum sie nicht mehr lebt. Brandon wollte kein Vater sein. Man guckt dann, ja, er war im Besitz einer Waffe. Gut, er kam aus Texas, da hat fast jeder eine, das zählt da zur dekorativen Wandverschönerung. Und er hatte diese auch ständig bei sich. Der Witz an der Sache war allerdings, dass Brandon keine Ahnung hatte, wie man diesen Gegenstand bedient. Er hat sich immer Videos angucken müssen, wie man sowas putzt, ladet und so weiter. Aber auf Social Media hat er immer damit angegeben und posiert, huuuhu, legt euch nicht mit mir an. Also ganz großes Tennis. Und auch sehr interessant war Brendons Browser-Verlauf. In den letzten Wochen hatte er ganz viel geguckt, wie ist die Rechtslage, wenn man Vater wird, das aber nicht möchte. Wenn sie sagt, ich behalte das und er sagt, er möchte das nicht. Er hat sich aber auch privat viel mit Fällen beschäftigt, wo ein gutaussehender Mann irgendwie Frauen zu sich mit nach Hause genommen hat oder dazu überreden konnte, in sein Auto einzusteigen. Er hat versucht zu recherchieren, wie diese Männer das gemacht haben. Und es wird dann in seiner Wohnung ein Brief gefunden, wo er das Ganze rund um Ellie so ziemlich zugibt. Er hat diesen Brief an dem Wochenende geschrieben, an dem das passiert ist. Brandon schreibt zwar nicht direkt, dass es um Ellie geht, aber man weiß schon sehr genau, was er meint. Er schreibt, er kann nicht mehr. Er hat eine dunkle Seite, die er nicht mehr verstecken kann. Er weiß auch nicht, woher das kommt, aber an diesem Wochenende ging es nicht anders. Ellie hat ihm keine Wahl gelassen. Ihm tut es halt leid für seine Eltern, dass sie so erfahren müssen, wie ihr Sohn wirklich ist. Ja, Brandon wollte Ellie loswerden. Schon die roten Flecken auf seinem T-Shirt machten das eindeutig. Jetzt war es offiziell und das Ganze hat gerade am 48 Stunden gedauert. Vor Gericht wurde das Ganze dann ein bisschen kompliziert. Zum einen, weil das ja diese Zeit war, wo wir alle zu Hause bleiben sollten. Der Termin wurde immer wieder verschoben. Deswegen, Brandon wollte dann erst die Schiene fahren, dass alles eine spontane Aktion war. Ellie war diejenige, die ihn nicht in Ruhe gelassen hat. Wie der Laborbericht dann sagt, war sie nicht schwanger. Brandon meint, sie wollten an diesem See einfach reden, doch Ellie blieb bei ihrem Theater, dass sie ihn auch nie in Ruhe lassen wird. Sie werden eine Familie sein eines Tages, ob er das jetzt will oder nicht. Er war an diesem Abend nicht Herr seiner Sinne. Er hatte alles Mögliche eingeworfen. Nach 45 Minuten auf dieser Parkbank hatte er plötzlich so einen Moment. Er steht auf, geht zum Auto. Er wollte eigentlich gar nicht Ellie treffen, sondern nur den See, der hinter ihr war. Er drückt zweimal ab. Das sollte für sie das Zeichen sein. So, jetzt reicht's, lass mich einfach in Ruhe. Sie ist aufgesprungen, hat gerufen, was machst du da? Dann nimmt er seinen Arm, richtet ihn auf sie und drückt nochmal neunmal. Es war eigentlich keine Absicht. Der Prozess wird, wie gesagt, immer wieder verschoben. Nichts ging voran. Es war nicht möglich herauszufinden, warum Brandon das wirklich gemacht hat. Er kam eigentlich aus einer guten Familie. Sein Vater war Arzt. Er hat nie irgendetwas angestellt. Lehrer sagen, der war normal, ruhig, unauffällig. Wie er so eine dunkle Seite entwickeln konnte, macht eigentlich gar keinen Sinn. Auch seine Eltern haben in einem Statement gesagt, sie haben keine Ahnung, wieso Brandon das gemacht hat. Er weiß eigentlich, dass er mit ihnen über alles reden kann, dass er mit allem immer zu ihnen kommen kann. Sie hätten ihn doch unterstützt, wenn er es nicht aus eigener Kraft von Ellie weggeschafft hätte. Brandon hat ja unter anderem auch so viel von seinen Eltern gezahlt bekommen, weil er halt immer so ein Musterbeispiel war. Der hat immer alles gemacht, was man von ihm verlangt hat. Brandon wurde überall immer sehr gelobt. Die einzige Person, die das nicht bestätigt hat, war eine Nachbarin der Familie. Sie meinte, ich sehe keinen Grund, das Ganze irgendwie zu beschönigen. Brandon war so eine Art Draco Malfoy. Er war es gewohnt, seinen Willen zu bekommen, dass ihm seine Eltern alles kaufen. Er hat sehr gerne damit angegeben, dass er ja machen kann, was er will. Das Geld seines Vaters kann alles regeln. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er diese dunkle Seite entwickelt hat. Ihm war einfach langweilig. Er kriegt alles. Er kam dann mit Themen in Berührung, die nichts für ihn waren. Aber das ist auch nur eine Theorie, dass er es sich selbst beweisen muss, dass er selbst mit sowas durchkommt, dass er über allen steht, nur weil er Geld hat. Im Prinzip waren es wohl beide, sowohl Allie als auch Brandon, waren halt sehr, sehr jung, naiv. Das Ganze hat sich hochgeschaukelt. Bin mir sicher, würde man heute Allie fragen, was hast du Brandon da alles geschrieben? Würdest du sagen, oh Mama. Da war ich halt verliebt und alles hat sich irgendwie ausgeschaltet bei mir. Bis für Brandon das ganze Spiel dann keinen Spaß mehr gemacht hat, weil sie hatte jetzt quasi die Kontrolle. Aber die Logik verstehe ich auch nicht. Er denkt sich, ja Vater sein will ich nicht, aber lebenslang sitzen. Ja klar, wieso nicht? Also das versteht wohl auch nur er. Brandon hat dann doch alles zugegeben. Man hat versucht, ihm zu beweisen, dass das Ganze keine spontane Aktion war, dass er das seit Monaten geplant hat. Er hatte sich erkundigt, wie wird man jemanden los, ohne die Konsequenzen. Wirklich beweisen konnte man das, aber nie so richtig. Am Ende bekommt dann Brandon gesagt, dass er mindestens sitzen muss, bis er 65 ist. Danach wird ein Gericht entscheiden, ob er gehen darf oder eben nicht. Das alles war so unendlich unnötig. Allie war erst 21 Jahre alt. Sie war verliebt, wusste es nicht besser. Das, was sie hatte, war keine Beziehung. Sie hat 30 Ausfahrten auf dieser Autobahn verpasst. Das hätte alles nicht so enden müssen. Es ist nie gut, wenn jemand sagt, deinen Freunden und allgemein, niemanden erzählst du von mir. Wenn das schon so anfängt, diese Person wird sich niemals ändern. Niemals. All die Dinge, die du am Anfang einer Beziehung ignorierst, fliegen dir später ganz sicher um die Ohren. Ich muss ehrlich sagen, was mich auch sehr überrascht hat, waren die Kommentare, die ich dazu gelesen habe. Viele sind der Meinung, ja, Ellie hat das ja verdient, weil sie eben versucht hat, mit einer Schwangerschaft irgendwie eine Beziehung zustande zu bringen und dass sie dann auch noch feiern war. Ja, das war natürlich keine gute Aktion, aber nein, Ellie verdient sowas nicht. Sie war halt noch jung. Wir sind nun mal nicht immer die beste Version von uns selbst, vor allem, wenn wir das erste Mal richtig verliebt sind. Vergessen darf man nicht, wie lieb und fürsorglich Ellie war, dass sie es sehr liebte, nach anderen zu schauen, dass sie auch all die Jahre so viel Arbeit in ihre Zukunft investiert hat, die Brandon ihr jetzt genommen hat. Sie konnte ja nicht ahnen, dass er so ein zweites Gesicht hat. Die meisten dieser Beziehungen gehen irgendwann auseinander und Jahre später denkt man sich, was habe ich da mit mir machen lassen? Und was habe ich da auch gemacht? Ellie war ein unglaublicher Mensch, das darf man nicht vergessen. Hätte sie gewusst, wie Brandon wirklich ist, wäre sie in dieser Nacht nicht in sein Auto gestiegen. Aber gut, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Wie immer frage ich zum Schluss, wer kannte diese Geschichte? Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.